Falmec präsentiert e-Ionsystem, die einzigen Dunstabzugshauben, welche die Luft desinfizieren. Auch in der Stadt, wo die Luft stärker belastet ist, vermittelt e-Ionsystem das Gefühl von Vitalität, welches so typisch für frische Bergluft ist, für einen Wasserfall oder für das schöne Wetter nach einem Gewitter. Dazu stellt e-Ionsystem durch kontrollierte bipolare Ionisation das Gleichgewicht der Luft wieder her und reinigt sie von Viren, Bakterien, Sporen und unangenehmen Gerüchen. Ionen sind Atome oder Verbindungen, die ein oder mehrere Elektronen verloren oder dazu gewonnen haben. Aus chemischer Sicht setzen sich die Ionen auf der Oberfläche von Schmutzpartikeln fest, verwandeln flüchtige organische Verbindungen, machen Viren, Bakterien, Schimmelpilze, Sporen und Allergene, in der Regel Pollen, durch Zerstören ihrer äußeren Membrane unschädlich und neutralisieren Gerüche. Neue internationale Studien haben außerdem gezeigt, dass die Luft in Wohnräumen stark belastet ist und oft sogar wegen zu vieler Schadstoffe und zu wenig Ionen stärker verschmutzt ist als die Außenluft. Die kontrollierte bipolare Ionisation ist ein Verfahren, das in der Lage ist, das optimale Gleichgewicht zwischen positiv und negativ geladenen Ionen wiederherzustellen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sollte die Konzentration der negativ geladenen Ionen in frischer Luft nicht unter 1000 Ionen pro Kubikzentimeter liegen und die der positiv geladenen Ionen nicht unter 1200 pro Kubikzentimeter. Es ist außerdem wissenschaftlich belegt, dass ein korrektes Gleichgewicht zwischen positiv und negativ geladenen Ionen für den Organismus gleichbedeutend ist mit Wohlbefinden und Vitalität. Umfassende Forschungsarbeiten und Experimente haben die Voraussetzungen für die Anpassung der Ionisationstechnologie an die Größe und Funktionsweise der Dunstabzugshaube geschaffen. Diese Lösung ist durch Patente geschützt. Das Labor für dynamische Olfaktometrie ist eine Forschungseinrichtung der Universitäten von Mailand und Udine, welches bescheinigt hat, dass E-Ionsystem 70 bis 95 Prozent der Gerüche beseitigt. Die gleichen Tests haben belegt, dass es keine Ozonemissionen gibt. An der Dunstabzugshaube befindet sich auch ein Sensor, der die Luftqualität konstant analysiert. Das Ergebnis wird von einem grünen Blatt angezeigt, wenn die Luftqualität gut ist. Mit zunehmender Verschlechterung der Luftqualität im Wohnraum wird das Blatt nach und nach gelb. Auch wenn gerade nicht gekocht wird, schaltet sich das System automatisch ein, bis die Luft wieder ganz sauber und das Blatt wieder grün ist. Unten an der Dunstabzugshaube sind Metallfilter eingesetzt, die das Fett aus dem Frasen rausfiltern. Die Luft wird anschließend von einem leistungsstarken Motor in eine Ionisationskammer geleitet, wo das korrekte Ionenverhältnis hergestellt und die Luft desinfiziert wird. Die Motorleistung ist so ausgelegt, dass Ansaugen und Ionisation optimiert sind. Vor dem Luftaustritt ist ein weiterer kombinierter Filter aus Aktivkohle und Zeolit eingesetzt. Dieser hält auch die Feuchtigkeit zurück. Das aktive Filtern der Luft hat auch im Hinblick auf die Umwelt und Energieeinsparung große Bedeutung. Die Energievergeudung durch das Ableiten von warmer Luft im Winter und von kühler Luft im Sommer wird vermieden. Außerdem sind keine Abluftleitungen mehr erforderlich, die aufwändig im Mauerwerk verlegt werden müssen und mit hohen Kosten verbunden sind. Dadurch, dass sich die Dunstabzugshaube beliebig positionieren lässt, unterliegt das Projekt bei der Planung keinen Einschränkungen mehr, was mit großen Vorteilen für die Ästhetik verbunden ist. So ist maximale Flexibilität garantiert und es kann gezielt auf die Wünsche jedes einzelnen eingegangen werden. E-Ionsystem erzeugt reine Luft.